Hey Leute, herzlich willkommen zu einer Vado-Vorbereitung mit dem lieben Felix. Ja. Ja, ähm, wir werden vom, am 20.12. Ich fange das an, äh, an so einem kleinen Vado-Projekt teilnehmen. Das heißt glaub ich nicht Vado, das heißt irgendwie, kein Vado. Minecraft, Minecraft Die. Minecraft Die, ok. Äh, aber ja, ähm, ein bisschen Vorbereitung kann ja nicht schaden, also, ja, haben wir uns gedacht, ja. Rio wär's doch. Ja, haha. Leider, ich denk, ist die letzte Runde nicht aufgenommen, weil da haben wir ja sensationell gewonnen. Ja, ich bin gestorben am Schluss, aber egal. Aber, ja, gut, dritt, ich wurde dritter. Äh, wir gehen gleich noch zu, äh, nach hinten. Na, komm, 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 komm komm, 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 komm. Dort, 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 zu der Reiche, zu der Reiche dort, siehst ihr? Ja, ja. Äh, äh, ja, okay, bau sie auf. Äh, ne, nein, nein, zu der Z위, du hattest grad, ähm, normal eine. Gut. Ja, aber äh... Äh, bau du sie ab und ich... Oh mein Gott, schau! Ey, schau, das sieht so natürlich aus, Mann. Du... du... da hat niemand was. Ja, äh... So, ist er jetzt schon Schweizerdeutsch? Ich weiss es nicht. Wir schauen einfach hin, oder? Aus Angst. Ja gut, sie spricht mir der Hochdeutsch. Das war kurz. Ich weiss es nicht. Mach einen Workbench. Ja. Ich baue... ich baue die Eiche ab. Gut, Mann, Alter. Ja gut, sie... Äh, mach einen Holzspitzsack und fahr mal ein paar Steine ab. Puh, wenn er es schon tut. Hast du ein... äh, Schwert? Ne, noch keins. Äh, drüben zwei, drüben zwei, drüben zwei, schnell rum, 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 rum. Du sprichst wieder im Schweizerdeutsch. Geh mal, wenn du aufgeregt bist, oder was. Ja, okay, 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 okay. Sagen wir uns, sie kommen. Come on, äh, solch... ich hab mir ein Holzschert gemacht. Brauchst du nicht, weil ich hab jetzt die in... Stein schwert. Ja, trotzdem, ich hab trotzdem Holzschert gemacht, aus Angst. Du darfst, nimm. Gut, gib, gib, gib. Ich hab ne, ich hab ne Apfel. Steinpicker? Nur ne Steinpicker? Gib, gib mir dann die Steinpicker. Ja, hier. Nimm. Gut, gut, gut. Ja, bau dich runter. Alter. Na gut, farm noch ein bisschen. Äh. Boah, ich ver... Mann, Alter, warum verkriegt mich ich? Da ist nichts mehr. Da ist... Da... Da muss noch zwei. Be... Farm noch n... Noch einen Baum ab. Ah, Eisen. Oh, nice. Geil, 8er Quelle. Grab dich auch für 13 im Nutzer. Ja. Ah. Äh, lol kann... Geil, äh, 9er Quelle, 9er Quelle heißen. Wie Holz hast du? Äh, bald genug. Denk ich mal. Also einen Goldapfel haben wir, das ist ja wahrscheinlich schon. Okay, ich baue, ich baue zu, ich baue zu. Wenn jetzt noch zwei Scham, dann schrumpft die Border schon wieder. Alter, es sind schon mega viel Blut. Ja, sollte reichen, Holz. Ich denke schon. Okay, gut. Genau. Alter, hier sind die ganze Zeit Zombies. Hast du Fackeln? Nein. Ich sehe überhaupt nichts, Alter. Ja, dann mach Fackeln, mach Fackeln, lass Holzkohle. Ich hab kein Ding. Ja, dann mach Holzkohle. Holzkohle. Nein, du musst nicht Holzkohle machen. Holz... Scheißegal, ich lass dich auf. Wir haben keine Kohle, das ist scheiße. Ich sehe überhaupt nichts, wenn ich hier runter gehe, Alter. Hast du wirklich keine Kohle? Nein. Darum mach Holzkohle. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen viel Holzverschwendung. Ja, ich meine nur so zwei, drei Stämme, vielleicht nur so vier, fünf Stämme für ein paar Hackeln. Ich versuche, um sie zu beraten, auch Holzverschwendung. Ich sehe jemand. Gut, komm runter, komm runter. Gehst du den Minengang runter? Ich sehe überhaupt nichts, Alter. Ich kann mich nicht bewegen, ich sehe überhaupt nichts. Geh einfach den Minengang runter. Ich sehe nur schwarz. Hast du deine... Ich weiß nicht, warum das so dunkel ist. Ja, dann... Siehst du meinen Namen? Nee, ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, was ich mache hier, Alter. Siehst du jetzt meinen Namen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Da, hier, hier. Du, hallo. Ich sehe nichts. Hinter dir. Jetzt, hier. Ich hab dir, ich hab dir in die Bank geschaut. Gut, komm mit. Alter, das ist so dunkel, ich weiß noch nicht. Ja, Jans, nek dich halt. Ja, da ist jemand da oben, glaub ich. Ja, mir egal, komm mit. Ich sehe nichts. Nur weil das nicht so hell ist, Alter. So, und jetzt hier, einfach geradeaus. Geh weiter. Geh weiter nach unten. Ich seh... Wenn ich... Ich seh nichts. Ich sehe nur das Kind, Alter. Geh weiter nach unten. Einfach weiter nach unten. Ich sehe nur das Kind, wo ist der Weg? Geh weiter geradeaus. Lauf ich gerade nach unten? Ja, gut. Hä? Hast du noch Holzstämme? Ja, ich hab genug. Ich schmeiß sie dir hin. Ja. Hä? Hä? Hab ich hier irgendwas falsch eingestellt, oder? Du bist... Bist du geschlagen, oder? Ja. Ehrlichkeit ist hell. Alles. Hast du Eisen? Nein. 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 Ich hab gar nichts. Ich... Ey. Wir brauchen unbedingt Fakten, Alter. Das geht. Nix, 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 nix. Warte, ich mach hier ne Workbench hin. Ich hab schon ne Workbench. Jetzt... Oh, da ist Licht. Alter. Sobald einer Holzkohle ist, nehm ich die... Also die erste nehm ich dann raus. Ja, mach das. Benutzt einfach Holzkohle, um Holzkohle zu machen. Nice. Oh Gott. Nix. Gut, den Anfang haben wir überlebt. Mh, wir sind schlechter als vorhin. Das letzte Mal hatten wir schon der Eisen und so. Nix, nix, nix. Ich hab da 100% den Namen auf unserer Höhe gesehen. Scheiße. Wir müssen... Auf welcher Höhe sind wir? Ähm... 24. Geh einfach weiter runter. Nimm hier Sachen raus. Holzkohle, so. Ich geh noch auf Höhe 13, dann geb ich... Äh, dann brate ich das Eisen. Ja. Äh... Ja, okay, und ich bau... Äh... Schon mal ein Weg. Wenn ich das Eisen brate. Ja, okay. Gut, Höhe 13. Nice, ich komm bald runter. Na gut, es ist voll fertig. Äh, was machst du? Da war nichts drin. Warte, wir können... Da war 17 Eisen drin, du Mongo. Nein, setzen wir dahin. Nee, nee, wir machen das unten, wir machen das unten. Setzen wir dahin. Du willst das echt hier machen? Ja. Ja. Ja, genug... Äh, gibt das Eisen? Ja, also ich hab das halt. Äh, gut, ich bau unten noch ein bisschen, äh, Ding. Äh, den Weg war besser gesagt. Müssen wir gehen. Äh, 13. So. Das mit der Helligkeit muss ich nochmal schauen. Äh, wie ich das verbessern kann. Weil ich seh echt nichts. Du siehst das ja dann bei der Aufnahme. Äh, dann entseg dich kurz und schau kurz nach der... nach der Helligkeit. Ja, hab ich schon. Es ist, äh, komplett hell. Was hast du für Grafikmodus? Schnell. Schön. Soll ich's schön machen? Ja, mach schön. Mach schön weiche Beleuchtung aus. Smooth Lightning Level aus. Ja, ja, hab ich aus. Gut. Ja, hier. Ich seh besser. Ja, ich seh viel besser. Ja. Ich seh viel besser. Viel, viel besser. Ah geil, ich hab vier Theoret. Damit kann ich den Weg noch ein bisschen zubauen. Ich höre Lava. Nice. Hier ist Lava. Hier ist Lava irgendwo. Ja, hier ist irgendwo Lava. Hier ist Lava irgendwo. Ja, hier ist irgendwo Lava. Ganz schlecht einschätzen. Wo, also. Aber ganz in der Nähe. Ich hoffe, dass kommt es nicht von oben vorangeschwemmt. Ich hoffe, dass kommt es nicht von oben vorangeschwemmt. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Da vorne ist Cola. Ich hab zwei Eisenpicken. Nice, nice, nice. Komm zu mir. Da ist Smaragd. Keine Ahnung warum. Äh, das brauchen wir nämlich. Ich hab egal. Ich hab's trotzdem mal gesagt. Aber Cola auf jeden Fall. Komm zu mir und nimm die Öfen mit. Äh, da können wir Sachen machen. Hier, äh. Braten besser gesagt. Oh, scheiße. Der wurde schrumpft. Ja, wir sind schnell oben. Also, wir müssen ja nur das Theoret abbauen. Das ist einfach die Scheiße abbauen, die ich geplantet habe, um da aufzufallen. Können wir ja schon loslegen. Äh, gut. Hier. Äh, cool. Lauf mal ab. Ja, wir haben keinen Wassereimer. Das ist scheiße. Vielleicht können wir auch soweit kommen, wie der von letztem Mal. der uns, äh, der mich getötet hat. Äh, zum Verzaubern. Äh, verzaubern. Ja. Verzaubern. Jetzt nichts mehr. Ich baue in diese Richtung, okay. Oh gut, äh, wenn ich... Yankis, wenn ich in diese Richtung... Warte mal, warte mal. Äh, Moment, hier, hier, hier. Nimm. Warte, ich baue mich hier, äh, in die andere Richtung. Äh, Yankis, komm. Ich baue mich in den Weg. Ist... Ist gut, wenn ich hier die Öfen platziere. Ja, platziere sie einfach hin, wo... wo sie brauchen kannst. Äh, also wo du etwas brauchen kannst. Hier. Äh, baue lieber neben mir. Ja. Ja, warte, hier, hier ist noch ein Weg. Okay, ich bin jetzt auf 12. Ich bin auf 12. Hier ist eine Höhle, glaub ich. Hier ist... ich hab Gold. Warte mit mir, komm mal zu mir. Nee, komm zu mir, bitte. Es ist Gold. Und Eisen. Ja, komm zu mir. Geh zum Lavacay, zum Cobblestone. Okay, hast du eine Eisenspitze für mich? Ja. Okay, dann gib sie mir. Dann kann ich das Gold abbauen. Ja, ich hab hier eine hingedroppt. Wo bist du? War beim Gang. Ja, genau. Ich hab Wasser. Da ist es. Ah, Kohle und Eisen, Kohle und Eisen. Okay, 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 die Lava ist extrem laut. Hä, wo bist du? Gang. Wo hast du sie hingedroppt? Die Spitzhörger? Auf dem Weg, einfach auf dem Weg. Ich muss weiter den Weg gehen. Ja. Ah, hier. Ja, es ist immer noch ein bisschen dunkel. Wackeln gemacht. Es sind alles noch Teams, die lieben. Nicht so wie vorhin. Gut, ich hab ne neue Höhle gefunden. Ich hab ne neue Höhle, Yankees. Nice. Ich komm gleich. Ich muss hier noch die Sachen abbauen und dann komm ich. Scheiße, hier ist es. Mann, ein Gold ist mir in die Lava gefallen. Egal. Egal. Äh, komm zu mir, dann kann ich, dann können wir ums Ratten, äh, in Wasser einmal machen. Gut, gut. Mann, noch keine Dias. Was? War auch nicht selbstverständlich. Okay, ich komm zurück. Okay, es ist, es ist ne sehr kleine Höhle. Hier geht's noch weiter, ich kann hier eigentlich noch weiter. Ich hab noch mal... Ich hab noch mal 6 Gold. Dias! Alter! Was macht das? Ich dreh mich kurz um, ich dachte schon, na scheiße, hier ist nichts mehr. Und dann waren da auf einmal Dias. Nice. Dias-Schwerte, oder? Ja, auf jeden Fall zwei Dias- äh, zwei Dias-Schwerte. Wieviel sind's denn? Wieviel sind's denn? Ich hab zwei... drei... vier... fünf... sechs... mehr nicht. 6. Ich glaube, wir... Wir brauchen nur zwei, vier und ein Ding. Hast du gerade was gegessen? Nee. Du hast grad nix gegessen? Ich hab nichts gegessen, nein. Pass, pass, pass gerade was ab? Nein. Oh mein Gott, da ist jemand! Ich komme, ich komme. Oh mein Gott, da ist jemand! Renn weg! Oh mein Gott! Komm zu mir, komm zu mir, siehst du mein Name? Komm zu mir, ich hab, ich hab ein Dias-Schwert, ich versteck mich hier. Mach, 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 gib, 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 gib! Gib doch, mach schnell! Deins hab ich noch nicht! Ja, gib mir deins! Bitte mal, gies! Da nimm! Hast du ne Workbench? Mach schnell, mach schnell! Er ist da, er ist da! Ist es. Oh, da ist vor... Geh weg, geh weg, geh weg! Ja. Scheiße! Warte, wie viel Leben hat er noch? Vier Herzen als Ophalter. Oh Gott! Wir waren diesmal viel zu langsam. Wir hätten ein viel schneller Ding, äh, nehmen, machen sollen. Ja. Ne, 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 äh. Wir waren, äh, äh, wir waren gleich schnell wie beim letzten Mal einfach. Ja, keine Eisen. Ja, keine Eisen. Also, zwei Dinge waren anders. Die, die erste war, dass, äh, fakt, äh, dass weniger Leute da waren und das, das letzte zweier Team, das mit uns noch existiert hat, dass der erste daraus geleftet ist. Ja, ja, gut. Und die zweite... Aber wir hatten trotzdem keine Rüstung. Ja, trotzdem. Und die zweite Sache, die anders ist, dass, äh, der per Zufall so... grad wirklich per Zufall der in unseren Raum gekommen ist. Scheiße. Egal. Also, ich bin entweder der Aufnahme, ne? Also, sagen wir tschau. Ja. Tschüss.